Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Tja, ihr fragt euch, wann geht ihr weiter mit Mario Sport nix? Tja, die zu allen waren, dass ich erstens keinen Bock habe und deswegen konnte ich gerade keine Part machen. Ich verspreche euch, in den nächsten Wochen werden wieder ein paar Part kommen. So, die kommende Woche wird so ablaufen, dass ich pro Tag, wie gesagt, ein oder zwei Videos mache. Da heißt, es kommen zum Beispiel zweimal Sportsman for Viu oder Pall. Das, und dann am nächsten Tag ein anderes Spiel. So wird, glaube ich, die kommende Woche dann ablaufen. Und meine Wünsche zur E3, das kann ich dir mal zeigen, dass die irgendwann mal an DLC, vielleicht neue Spiele, wie Dubai, Spiele, vielleicht mehr Infos zu Yoshi for the World oder vielleicht zu Mario Maker, der überhaupt September kommt, da mal zeigen können. Tja, dann, der versteht ihr ja, dass natürlich der Tankfest dann nicht an der E3 kann. Da versteht ihr ja, weil sie alle geschäftige Sachen und tja, deswegen, wegen, würde ich, aber mich gespannt, was da kommen wird und tja, die werdet ihr da mal sehen. So, dann werdet ihr mal für diese Infovideo, wenn euch die Infovideo gefallen hat, würde mich ganz sehr freuen, mal ein Abo und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Also, bis dann, ciao, euer CrazySmeet.